Was geht ab, Leute? Heute ist Solana dran und ich werde euch eine geisteskranke Moon-Prognose hier hinlegen. Also lasst auf jeden Fall hier ein paar Kommentare dran, damit der Algo hier gepusht wird. Wir werden Solana, kleiner Spoiler, bei über 600 Dollar irgendwann sehen, weil es so im Thumbnail drinnen steht. Das müsst ihr mir glauben. Und die Analyse ist, also hier haben wir oben auf jeden Fall das Old Town High bei 260 US-Dollar, seht ihr das? Und dann gehen wir noch mal ein bisschen höher aufs 1618er, aber das reicht uns noch nicht, weil wir werden sogar hier aufs 2618er bestimmt locker easy hier hochgehen. 660 US-Dollar, das sagt auf jeden Fall das Thumbnail hier aus und auch natürlich der Clickbait-Videotitel. Also lasst euch nicht verarschen davon, dass die Blockchain mal down war, dass hier NFT-Scams und sowas drauf beworben werden. Ist alles egal, wir werden hier auf jeden Fall 660 Dollar irgendwann im Bullrun sehen. Es kann aber auch genauso tiefer gehen und zwar auch Richtung 50 oder Richtung 0. Also das sind so die drei Alternativen für einen potenziellen Bullrun. Und solltet ihr wirkliches Kaufinteresse an diesem Altcoin haben, dann kann ich euch oder dann werde ich wahrscheinlich auch erst hier unten bei 55 bis 71 US-Dollar einkaufen. Also hier hat sich an der letzten Analyse zu den letzten Wochen nichts geändert. Ich wollte euch hier einfach nur mal so einen kleinen Test machen, wie irgendwie so Clickbait-Thumbnail-Titel hier auf YouTube ein bisschen ziehen. Hat mich einfach mal interessiert, also nehmt dieses Video bitte nicht so ernst. Guckt euch einfach das letzte Video an, das werde ich euch vielleicht hier oben dann noch verlinken. Ansonsten hat sich an der Analyse nichts getan, also ich kaufe weiterhin da in dieser grünen Box. Und ansonsten das nur so mein kleiner Kommentar, weil viele gefragt haben, Solana-Video, es hat sich nichts geändert zu den letzten Videos. Deswegen so ein kleines Scherz-Video und wir hören uns zum nächsten richtigen Altcoin-Update-Video wieder. Trotzdem danke fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid mir jetzt nicht böse, dass es jetzt keine neue Solana-Analyse gibt. Aber gut, wünsche euch noch einen schönen Tag. Like da lassen, Abo da lassen und wir hören uns zum nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay crypto.